Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht es gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir um ungefähr 16.900 US-Dollar. Wenig Bewegung. Wir haben ein kleines Lower-Low bekommen, um die Liquidität zu fischen. Ob es das jetzt schon war, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst einen Kommentar mit euren Altkönnenwünschen da. Und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und einerseits Signalgruppe. So, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt aber in die Charts rein. 16.900 US-Dollar, 16.860 US-Dollar momentan. Wie gesagt, wir haben Lower-Low bekommen. Wir haben uns diese beiden Tiefs hier eben heute Morgen nochmal geholt. Ich zeichne euch das nochmal ganz kurz ein. Also dieses Tief hier drüben bei 16.693 wurde minimal durchbrochen. Daraufhin kam jetzt erst einmal ein kleiner Bounce. Die Frage ist, war das jetzt schon unser Tief oder holen wir uns weiterhin nochmal ein bisschen mehr Liquidität unten bei den Vektoren? Dazu ein ganz kurzer Blick in den Traders-Reality-Indikator. Wir sehen gerade hier, wir hatten hier eine schöne Stopping-Volume-Candle eben hier nochmal mit diesem Abverkauf. Das heißt, wir könnten jetzt erst einmal zumindest eine kleine Trendwende sehen. Erster Zielbereich wären so ungefähr die 16.926 US-Dollar. Einerseits, um die Ineffizienz hier auf dem 1-Stunden-Chart zu füllen. Und dann gucken wir uns auch gleich nochmal, jetzt machen wir den Indikator nochmal ganz kurz aus, weil das immer ein bisschen zu viel ist, finde ich hier. Nehmen wir nochmal das Golden Pocket dazu. Wo liegt dieses? Das liegt bei ungefähr 16.980. Also auch minimal drüber über diese Ineffizienz. Das wäre jetzt der erste Bereich, wo ich sagen würde, okay, wer hier in der Long-Position ist, meine läuft weiterhin. Überlege ich, ob ich meine schließe. Also ich habe die gestern auch hier in diesem Bereich oder vorgestern in diesem Bereich aufgemacht. Deswegen ein bisschen kritisch sehe ich das momentan schon noch. Wir schauen uns einfach mal, wie viel Volumen jetzt hier reinkommt. Kriegen wir einen Vektor? Die Psy-Range wird jetzt noch interessant. Die liegt hier bei ungefähr 16.844. Die haben wir jetzt auch wieder zurückerobert, erst einmal. Aber trotzdem so ganz traue ich dem Braten immer noch nicht. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Aber an sich hat sich an dieser Gesamtsituation ziemliche Seitwärtsphasen nichts geändert. Klar, wir haben jetzt die Liquidität unter den Lows geholt. Wir haben weiterhin den Vektor hier unten bis ungefähr 16.500 US-Dollar. Dort liegt übrigens noch eine weitere Order von mir. Erst einmal, aber es ergibt sich momentan nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wir warten hier wirklich auf eine signifikante Bewegung, bis man hier wirklich wieder Safety in irgendwelche Trades reingehen kann. Aber diese Range momentan erübrigt sich zumindest. Also was wir hier vielleicht nochmal probieren können, vielleicht nochmal so einen kleinen Short-Impuls hier unten. Aber ansonsten, boah, ist wirklich schwer. Bevor ich es vergesse, heute Abend um 19 Uhr Livestream. Nicht an einem Donnerstagmorgen habe ich leider keine Zeit. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen heute Abend eben einen Livestream um 19 Uhr. Also wer Bock hat von euch, kommt gerne dazu. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Ja, jetzt zurück wieder. Wie gesagt, es hat sich nichts getan. Wir brauchen uns jetzt auch hier nicht ewig festhalten an dem ganzen Ding. Wir haben hier eine schöne Abverkaufscandle. Deswegen auch der Grund, warum wir hier zumindest ins Golden Pocket reinkommen könnten. Dann hier nochmal eine Gegenbewegung. Dann vielleicht uns die Vektoren hier unten holen. Aber wie gesagt, es ist schwer momentan irgendwie hier irgendwie was vorauszusagen, weil einfach der Markt nicht wirklich viel hergibt. Long läuft. Unsere Short hat übrigens Take Profit 3 erreicht. Das vielleicht noch ganz kurz dazusagen. Aber ansonsten halte ich mich momentan ein bisschen zurück, was zumindest Bitcoin anbelangt. Ethereum sieht die Sache meines Erachtens ein bisschen anders aus. Hier haben wir ja schon die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Okay, hier der Bereich um, was haben wir hier, 1222. Hier die 1-Stunden-Demand. Wir haben hier eine 4-Stunden-Demand. Die wurde erreicht. Daraufhin wurde die erste Long-Order ausgelöst. Momentan minimal im Plus. Es ist nicht viel, aber es ist zumindest im Plus. Die Haupt-Order liegt aber weiterhin hier unten im Golden Pocket bei ungefähr 1211. Also das ist, glaube ich, die Order. Die müsste ich, glaube ich, auch in die Signalgruppe reingestellt haben, dass da unten noch eine Order liegt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal hier die 1-Stunden-Demand gefüllt. Wir haben die Ineffizienzen gefüllt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch hier gleiches Spiel, dass wir uns zumindest eine Erholung kriegen. Von diesem Abverkauf bis ungefähr, lass mich gucken, 1250. Erste Ineffizienz beginnt bei 1247. Also das heißt, wer auch hier möglicherweise einen Long reingemacht hat, vielleicht mal hier bei 1245 die ersten Profite nehmen und dann eventuell oben so als kleinen Hedge vielleicht nochmal so einen kleinen Short aufmachen bei 1255. Aber wie gesagt, das muss man sich da angucken, wie die Reaktion ist, wie das Volumen vor allem in den nächsten Stunden ist. Da können wir dann heute Abend vielleicht im Livestream auch nochmal ein bisschen genauer drüber reden. Aber auch hier hält es sich momentan in Grenzen übergeordnet. So eine riesige Seitwärtsphase, sage ich jetzt einfach mal. Wobei das Bild hier deutlich klarer ist, muss man auch dazu sagen, als bei Bitcoin, weil wir eben hier diesen Abverkauf schon gefüllt haben. Das, was wir bei Bitcoin eben noch nicht gemacht haben mit diesem Vektor. Hier unten haben wir keine Vektoren. Hier unten haben wir einfach nochmal eine größere Supportzone bei ungefähr 1200 US-Dollar. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Also auch hier, wie gesagt, wenig Änderung. Dieser Abverkauf jetzt erstmal zu füllen, wäre der erste Test. Kriegen wir hier, wie gesagt, ein höheres Hoch rein. Das heißt, mit mehr Volumen hier über diese Ineffizienz, über dieses Golden Pocket rüber. Wir schließen drüber, konsolidieren hier ein bisschen und setzen dann den Trend nach oben hin fort. Dann sieht die ganze Sache ein bisschen besser aus. Momentan würde ich ein bisschen Abstand davon halten. Gucken wir zu B&B. Hier leider die Long Order minimal verfehlt. Oder was heißt minimal ist schon ein bisschen einiges. Wir sind bis 281 gekommen. Die Long Order liegt bei 277, 278 in der Region da unten über dem Golden Pocket. Weil, ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal ist es doch ein bisschen besser, wie hier oben. Ein bisschen die Order ein bisschen früher zu legen, als direkt ins Golden Pocket. Ihr wisst Bescheid. Auch hier müssen wir auch ganz kurz gucken, wie es vom Trend her aussieht. Also klar, wir sind in einem kompletten Downtrend. Das müssen wir auch dazu sagen. Der Dump. Auch hier eine kleine Ineffizienz, die bis ungefähr 287 US-Dollar geht. Müssen wir mal schauen, ob wir auch hier das Golden Pocket testen. Kleiner Check. Zeichnen wir hier mal ganz kurz ein. 287 US-Dollar Ineffizienz Golden Pocket. Werden wir hier zurückgewiesen. Wird es wahrscheinlich doch nochmal eine Chance geben, dass wir unten zumindest eine Long Order reinkriegen. Dann Chainlink. Kann man eigentlich auch dazu sagen. Das erste Staking ist live auf dem Ethereum Mainnet, habe ich gelesen. Seitdem geht es nur bergab. Also auch hier. Wir haben zumindest die grüne Kauforder hier unten getroffen. Bei ungefähr 6,80 Dollar erst einmal. Aber so richtig traue ich dem ganzen Brat noch nicht. Klar, Staking wurde ewig angekündigt. Aber ansonsten hat sich hier auch wenig getan. Was mich hier ein bisschen ärgert ist, wie gesagt, dass wir den Short ein bisschen weiter hier drüber hatten. Ich glaube bei 7,90 Dollar oder so. Der wurde nicht abgeholt. Das ärgert mich riesig auch hier wieder. Weil ich nochmal so gedacht habe, okay, wir kriegen nochmal diesen letzten Impuls hier oben rein. In die 7,81 Dollar. Aber hat sich leider auch nicht ergeben. Aber wichtig ist, was wir hier jetzt erstmal sehen, wir haben den Pump hier erst einmal gefüllt. Gutes Zeichen. Wir haben die 1-Stunden-Demand-Zone erst einmal getestet. Und 4 Stunden liegt hier auch. Sollten wir jetzt hier nach oben steigen können, müssen wir mal schauen, was das Golden Pocket von oben bis nach unten hin sagt. Wäre zumindest wieder eine Erholung in dem Bereich der 7,40. Erst einmal relevant. Die Gegenbewegung nach oben. Schauen wir mal, wie das ganze Staking angenommen wird etc. Ob das positive Auswirkungen auf Chainlink haben könnte. Ansonsten von den Altcoins. Wie gesagt, der ganze Markt relativ rot mit 1-2 Prozentpunkten im Minus. Tut sich auch wenig. Macht jetzt auch wenig Sinn. Wie gesagt, Bitcoin, Ethereum geben den Ton an. Aber auch hier wenig Veränderung. Sag ich jetzt mal, irgendwelche Shitcoins jetzt angucken. Macht wenig Sinn. Das schauen wir uns dann möglicherweise heute Abend nochmal an. Was vielleicht nochmal ein lohnenswerter Blick ist, ist der Blick auf den SPX. Aber hier möchte ich gerne auf die größeren Timeframes auf dem 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns mal an. Wir haben den kompletten Pump hier oben wiederum gefüllt. Wir sind durch den Support gefallen. Geöffnet haben wir jetzt erstmal ein bisschen positiver. Klar, mit einem Lower Low nochmal. Aber etwas positiver. Zumindest ein bisschen da nochmal geöffnet. Aber müssen wir auch ein bisschen gucken, ob heute die Gegenbewegung reinkommt. Nochmal mit einem Retest in das Golden Pocket. Wird sich dann die nächsten Stunden zeigen. Ansonsten hätten wir nochmal so ein kleines Gap. Hier unten sieht man das ganz gut in diesem Bereich. Wäre natürlich bearish für die Märkte. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube. China lockert. Ihre Lockdown-Bestimmungen, also ihre ganzen Covid-Strategien und so ein bisschen. Das könnte für die Märkte wieder ein bisschen positiver sein. Ist aber natürlich auch wieder eingepreist, weil das ja schon seit Tagen herumgeistert. Blick auf den DXY auch mal ganz kurz. Hier sehen wir eine erste negative Gegenbewegung. Also nachdem wir ein höheres Hoch gebildet haben. Mit einem tieferen Hoch im RSI. Also auch hier eine Hidden Bearish Divergence. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiter ausgibt. Also wie gesagt, der Support hier hat erstmal gehalten. Für einen Bounce gereicht. Ob das jetzt schon war, nach unten hin könnte es auf jeden Fall noch bis in den Bereich der 104, 7, 6, 1 gehen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, merkt ihr ein bisschen gemischte Aussichten. Auch was den Kalender heute angeht, müssen wir mal gucken, gibt es heute eigentlich auch wenig zu sagen. Da haben wir ja drüber gesprochen im Wochenausblick, was die Daten anbelangt. Rohöl-Importe könnten nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Ansonsten gibt es hier wenig für den heutigen Tag zu sagen. Rest schauen wir uns heute Abend an. Wie gesagt, zum Livestream. Noch ganz kurz zu den News. Warum ist Sam, also SBF, noch nicht hinter Gittern? Ich glaube, das fragt sich jeder. Artikel müsste mittlerweile, glaube ich, in der Telegram-Gruppe drin sein. Also lest euch das gerne durch. Wieso, weshalb, warum, wen es interessiert. Ansonsten hören wir uns heute Abend. Bis dahin, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns dann heute Abend. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.